Kurkuma Der letzte von den dreien Proteine und die Kontrolle von den Genen Schalten das Krebsgen aus und schalten an die Gene, die das Wachstum beeinflussen Senkt die Entzündung Entzündungen bewirken, dass Immunzellen erneuert werden Und die würden wiederum bewirken, dass Blutgefäße in den Tumor reingehen Und auf 100 andere Weise bewirken sie, dass die Krebszellen wachsen können Die Immunzellen schützen den Krebs Die versuchen sie zu nähren Es sind die Zellen, die schon krank sind Und das ist die Aufgabe des Immunsystems Den Zellen zu helfen, die krank sind Und alles andere anzugreifen Aber wir möchten, dass die Immunzellen den Krebs töten Es ist ein sehr großer Schutz im Rahmen der Bestrahlung Reduziert die Verbrennung Nicht nur bei der Haut, wie es der Wein tut Aber auch tief innen Es bindet Eisen und Kupfer Kupfer hilft dabei, dass die Blutgefäße in den Tumor hineinwachsen Und viele Krebsarten Lagern extra Eisen ein Nach dem Mittagessen zeigen wir euch, wie man das wieder gut machen kann Und es kontrolliert noch eine ganze Reihe weiterer Wachstumschemischen Stoffen In diesem Zusammenhang Immunchemische Stoffe Etwas, was Hautwachstum anregt Und skin-like tissues Like bone All come from the same place in the embryo I don't know, maybe it's a bit complicated It's okay Aflatoxins are from mold So, see Let's just move on So, Aflatoxins from mold Entflammende Yeah Ah, okay Schimmel, dass es verhindert wird Very bad for the liver Das ist sehr schlecht für die Leber In Central Africa In Central Africa They have a lot of liver cancer Gibt es ganz viel Leberkrebs From eating peanuts Von Erdnüssen essen Yeah With Aflatoxins All peanuts have Aflatoxins Mold poisons Alle Erdnüsse haben die Aflatoxins drin enthalten Yeah So Again All natural substances Do many, many tasks in the body Alle natürlichen Produkte Machen eine ganze Reihe Haben eine ganze Reihe Wirkung im Körper The drug of Avastin stops this The drug of? Avastin Bevacizumab A drug There's a drug for this There's a drug for this There's a drug for this But it doesn't do this Aber es macht nicht Hat keine Wirkungsweise Für die anderen Sachen There's drugs for this Es gibt ein Medikament für das But they don't do all this Aber die lassen den ganzen Rest aus You have the best medicine Wir haben die beste Medizin A pretty picture about curcumin Das ist ein schönes Bild über Curcumin I have a shirt like that It's very nice Ich habe ein T-Shirt wo das drauf ist Es ist sehr schön So So not good for smokers Of tobacco Das ist nicht gut für Raucher Mit dem Rauchen erhöht sich die Gefahr An Lungenkrebs zu erkranken Ärzte wissen immer ganz genau Was man nicht tun sollte Aber auch Was man tun sollte Wann man ein Medikament nimmt Und wann nicht Und ich möchte, dass ihr jetzt ganz gut aufpasst Es ist nicht richtig für alle Gibt es das Kurkuma nicht wenn jemand Gallensteine hat Oder bei Gelbsucht Dankeschön Niemals geben wenn jemand Gelbsucht hat Vielleicht haben sie einen Krebs der verhindert dass die Die den biochemischen Prozess aufhält Und dann baut sich das Ganze auf und sie werden gelb Und dann baut sich das Ganze auf und sie werden gelb Niemals Kurkuma geben Die sind schon gelb genug Die sind gelb genug Okay Es funktioniert sehr gut mit verschiedenen Chemotherapien Aber nicht allen Nur diese die hier gelistet sind Wenn jemand einen Eisenmangel hat Dann wartet ab, bis der Eisenlevel sich wieder eingependelt hat Bis ihr Kurkuma gibt Es heißt, dass es Blutungen hervorruft Weil es gibt nicht genug Blutkörperchen Blutplättchen Aber das ist nur ein Mythos Aber das ist nur ein Mythos In 32 Jahren habe ich einen Fall gesehen, vielleicht Oder vielleicht Aber das ist nur ein那ig Dich Aber das ist nur ein Dich Du kannst Dich 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 Dich